Hallo und herzlich willkommen, hier ist Valo mit meinem 35. Teil der Valo-Spielserie zum Thema Reaper of Souls. Ich spiele gerade auf Torment 4. Eigentlich habe ich zwischendurch Bounties auf Torment 6 gemacht, Rift habe ich noch nicht auf Torment 6 gemacht. Aber jetzt habe ich gerade eben mal so ein bisschen versucht, wie es auf Torment 5 läuft und habe ein Champion-Pack gefunden. Das mich irgendwie instant weggehauen hat, also in einer Art und Weise, wo ich mir dachte, da stimmt irgendwas nicht. Es gibt wohl noch einen, und ich weiß nicht genau, wie der aussieht, einen Bug mit den Bodeneffekten von manchen Monstern, dass die zu stark sind und das soll wohl gehotfixed werden. Ich weiß nicht, ob es schon gehotfixed ist, zumindest ob es auf den europäischen Servern schon gehotfixed ist. Und ich habe keine Ahnung, ob es daran lag. Aber als ich eben T5 gespielt habe, bin ich irgendwie so gefühlt instant weggequittet worden. Oh, oder weggehittet worden. Und nicht von Molten. Also, falls ihr das gerade denkt, weil ich von Molten gerade einen fetten Schaden bekommen habe. Es gab ein paar Änderungen beim Witch-Doktor, was die Menge der kleinen Fetische betrifft, die spawnen können. Das können nämlich jetzt nur noch maximal 15 sein und nicht wie vorher unbegrenzt viele. Und die passiven Fetische, also nicht die passiven, die permanenten Fetische, die man bekommen kann durch den Vierer-Set-Bonus von Sunimasa, werden überschrieben, wenn man mehr als 15 Fetische hat. Was den Sunimasa-Set-Bonus stark entwertet. Und deswegen teste ich gerade rum, was es noch so für alternative Möglichkeiten zu spielen gibt. Gerade auch mal in dem Fall nicht mit dem Star Metal Kukri, mit dem ich normalerweise spiele. Sondern mit einer anderen Waffe, die aus den Kröten zielsuchende Kröten macht. Habt ihr schon mal, also falls ihr alle Videos aus der Serie gesehen habt, die habe ich vorher schon mal zwischendurch benutzt. Aber jetzt kommt es mir wieder so vor. Naja, mal gucken. Ich mache jetzt erstmal das Schiff zu Ende, bevor ich sage, wie es mir vorkommt. Also eigentlich fand ich vor dem Patch T4 eigentlich ein bisschen zu leicht. Für mich jetzt, also für mein Equipmentstand. Allerdings, als ich jetzt T5 eben gespielt habe. Und es mich dann irgendwie viermal in Folge zerrissen hat. Beim selben Champion-Pack kam mir das vor wie früher Inferno. Und ich habe wieder eins runtergestellt. Und jetzt kommt es mir wieder viel zu leicht vor. Keine Ahnung. Aber mit diesen Änderungen jetzt beim Hexer überlege ich tatsächlich ernsthaft, ob ich nicht den Vierer-Bonus mitnehmen soll vom Blackthorn-Set. Das ist jetzt durchaus interessant geworden, dadurch, dass Sonimasa nicht mehr so interessant ist. Ich glaube, ich werde da noch ein bisschen rumprobieren in den nächsten Tagen. Wir vielleicht auch mal abends eine Gruppe suchen, mit der ich ein bisschen T5 mache. Oder zumindest mal T5 versuche und gucke, wie gut es funktioniert. Also ich meine, wir spielen ja so oder so Softcore. Das heißt, irgendwie werden wir auch durch T5 kommen. Nur macht es halt doch mäßig viel Sinn, sich durch T5 durchzusterben. Aber echt merkwürdig. Die Bounties, die habe ich eben auf T6 gemacht. Und das Einzige, was da wirklich schwierig war, war der Key Warden. Der einem in Akt 1 ja gelegentlich mal in die Quere kommt. Und der war nicht wirklich angenehm. Ich habe aber auch das Gefühl, dass Jailor deutlich mehr Schaden macht, als sie das früher mal gemacht hat. Aber vielleicht lag es auch wirklich einfach nur an T5 beziehungsweise T6. Ihr könnt mir ja schon schreiben, ob ihr positive Erfahrungen mit Kaldala gemacht habt. Und der Änderung, dass jetzt auch Torment exklusive Legendaries wieder, muss man ja sagen, droppen kann. Ist droppen, das richtige Wort, verkaufen kann, verlost. Also wer von euch hat das lang ersehnte Item jetzt nach Monaten dann endlich von Kaldala bekommen? Ich bin übrigens auch noch, um mal ein Thema anzuschneiden, was nichts mit Diablo 3 zu tun hat. Auf der Suche nach guten Serien. Also wenn ihr gute Serien habt, aber dann bitte in der Kategorie Geheimtipp. Also dass ich natürlich sowas wie House of Cards oder so und Game of Thrones und was ist denn noch so beliebt, Walking Dead kenne. Das ist natürlich klar. Also wenn, dann bräuchte ich mal sowas wie einen Geheimtipp. Und keine Comedy-Serie. Oder wohl, man könnte auch eine Comedy-Serie nennen. Ich kenne im Moment nämlich auch nicht viele gute Comedy-Serien, die laufen würden. Außer, naja, Big Bang Theory. Ich glaube, das Einzige, was aktuell noch läuft. Was ich als Comedy-Serie bezeichnen würde, die ich gerne sehe. Ich habe echt viele Serien versucht und mir mal irgendwie ein, zwei Folgen angeschaut und mir jedes Mal gedacht, na, ne, das willst du nicht wirklich. Zu den Serien, die ich versucht habe und die ich nicht wirklich wollte, zählen halt unter anderem Game of Thrones und Walking Dead. Aber auch Homeland, von dem so viele schwärmen, wo ich noch nicht genau weiß, was daran gut sein soll. Also ich habe angefangen zu gucken und dachte mir, hm, das ist ja ziemlich voll von Klischees. Es ist jetzt deshalb voll von Klischees, weil irgendwann der Plot-Twist kommt und man feststellt, ah, es ist ja eigentlich ganz anders gedacht. Oder ist es wirklich so? Dann, was gab es denn noch an Serien, die ich in letzter Zeit mal geguckt habe? Und von denen ich mäßig begeistert war? Ich habe jetzt neulich noch eine Serie angefangen zu schauen. Was heißt angefangen zu schauen? Angefangen und wieder aufgehört zu schauen. Die hieß Revolution. Oder heißt Revolution. Und da geht es um Amerika nach, also auch so ein Endzeit-Szenario, und Amerika nach so einem großen Blackout. Also alles hat keinen Strom mehr. Und irgendwie kam es mir vor wie Walking Dead ohne Zombies. In den ersten, ich glaube, drei Folgen habe ich gesehen. Dann gibt es noch eine Serie, von der ich irgendwie noch einen Teil geschaut habe. Fargo. Wohl, also inspiriert vom Spielfilm gleichen Namens. Was aber gesehen, sehr guter Film war. Von der habe ich aber bisher auch erst eine Folge gesehen. Die war nicht ganz schlecht, okay, muss ich sagen. Elementary habe ich geschaut. Die war ja eine von Vanyons Lieblingsserien. Die fand er ja sehr gut. Hat mir auch sehr gefallen. Elementary ist im Prinzip eine der vielen Sherlock Holmes Adaptionen, die es so gibt. Wobei mir aber auch die britische Version, ich glaube, die heißt Sherlock, von Sherlock Holmes, sehr gefallen hat. Die hat mich so ein bisschen an Douglas Adams erinnert. Und Douglas Adams ist natürlich großartig. Mein Lieblingsautor. Und diese ganzen, ich verwechsel die eh immer. Und die Fans unter euch, dieser entsprechenden Serien, werden mir jetzt sagen, wie kann man das verwechseln? Dieses NCIS, CSI und so weiter. Da konnte ich auch bisher noch mit keiner von den Serien was anfangen. Tipps sind willkommen. Es gibt eine Psycho-Serie, basierend auf dem alten Hitchcock-Film. Wo ich so die ersten Folgen, die ich gesehen habe, ganz okay fand, aber so richtig vom Hocker gerissen hatte ich das auch nicht. Was gibt es denn noch? Was habe ich denn noch alles geschaut? Also wohlgemerkt jetzt alles mal im Rahmen oder im Bereich Nicht-Comedy. Okay, klar, sowas wie Dexter, Breaking Bad. Ich weiß gar nicht, gibt es noch neue 24-Staffeln? Wobei, ich weiß auch nicht, kann ich mir 24 wirklich noch antun? Ich habe, glaube ich, die ersten fünf Staffeln von 24 gesehen. Aber ich glaube, irgendwann ist es dann auch mal gut mit diesem Prinzip. Ich glaube, die erste Staffel, da habe ich die Folgen zum Teil wirklich so Stück am Stück verschlungen. Aber ich weiß gar nicht, ob es da überhaupt noch neue Folgen gibt. Misfits fand ich ganz okay. Eine britische Serie. Über, ich sage mal so, jugendliche Straftäter mit Superkräften. So ganz vereinfacht gesagt. Und ich glaube, es gibt noch, ich habe so viele Serien mal irgendwie, ich bin schon irgendwie auch so ein Serien-Junkie. Zumal ich oft, wenn ich zocke, auch nebenbei Serien schaue. Es gibt, glaube ich, so viele Serien, die ich mal geschaut habe und deren Titel mir heute nicht mal mehr einfallen. Was aber meistens dafür spricht, dass sie mir einfach nicht nachhaltig positiv in Erinnerung geblieben sind. Und ich habe oft bei Serien das Gefühl habe, dass sie mich irgendwie so ein bisschen für dumm verkaufen wollen, wenn es um ernsthafte Story geht. Ich habe gehört, The Wire soll total cool sein, aber irgendwie habe ich es bei The Wire auch nie so richtig über die erste Folge hinaus geschafft. Gleiches gilt für Mad Men, Sopranos. Also. Pünktlich zum Wochenende oder vorm Wochenende. Serientipps. Ihr seid gefragt. Ich brauche eure Hilfe. Eine gute Serie oder gute Filme? Von mir ist es auch gute Filme. Und in der nächsten Folge kümmern wir uns dann wieder den Diablo-Fragen, die ihr habt. Stellt sie in den Kommentaren. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich tierisch über einen Daumen nach oben. Das motiviert mich immer, weitere Videos zu machen. Wenn ihr möchtet und es noch nicht getan habt, freue ich mich auch, wenn ihr unseren Channel abonniert. Und ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Vielleicht habe ich euch ja gerade auch die eine oder andere Serie genannt, die ihr mal ausprobieren könnt. Wobei ich über die meisten ja gesagt habe, dass sie mir nicht gefallen haben. Von daher, wer weiß. Ich wünsche euch was. In diesem Sinne sagt euer Onkel Barlow. Wir sehen uns beim nächsten Mal.